Mhh... Mhh... Okay... Ähm... Hat es das nichts verbessert hier, habe ich mir gedacht, aber... Ich gehe mal nach oben. Da schmeißt er mich runter. Going somewhere, Swobby? You haven't cleaned up that mess! Get back to Mobbin! I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. I think that only works on parrots. I think that only works on parrots. I think that only works on parrots. I think that's the best thing to do. I can't go into the middle of the middle of the middle. Do you want to go back to the middle of the middle? It's funny to design this thing, because there was nothing to do. That's a bit of a sense. How do I get to go back? I'll talk about it. Come on, tell me what you mean. No, it's clear. Let's test it. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Ja, ja. Äh... Ja, was soll ich jetzt noch machen? Ich hab... Überschaubar viele Optionen und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, wenn ich nicht durchkomme. Ich kann nicht ja selbst... Oder warte, kann ich jetzt... Warte, warte. Das Bullock ist ja jetzt auf. Ich kann ja das Bullock jetzt noch mal einschmieren. und ich kann durchquetschen. Jetzt wird es passen. Okay, ich glaub das ist die Idee. Ist halt Spiele-Logik, ne? A little. Aber reicht halt nicht, ne? Ist also Part 1 von irgendwas. Ich könnte mir vorspielen, hätten wir das Spiel auf... Äh... Normal... Oder leicht gespielt, wie das hieß. Äh... Hätte das schon gereicht. Jetzt wollte ich noch was machen, um das zu machen. Hm... Falt mich noch mal raufschmieren. Ja, ja. Noch mehr abwischen. Okay. Noch ein Versuch. Ich muss noch mal wischen. Und wenn umso mehr Fett das wird, umso weniger hat man trotzdem durch, weil das ja auch Raum wegnimmt. Ich mein' ja bloß. Ja, ist ja gut. Jetzt aber. Mehr geht nicht. Was ist das hier aus, ey? Komm. Ah... Flutsch. It's working. Alle guten Linger sind drei. Oh, meine Güte. Ja. Wir sind dann... Hier. Zurück ist die zufälligerweise so eine Ebene zum Landlaufen. Welch Glück für mich. Noch ein Sollauge. Klick, 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 klick. Oh... Oh... Mist. Das ist guter an. Da hast du gerade eine Geräte langgesprungen. Aufmaß hier alles tot. Passt wieder. Countdown. Gut. Danach sterbe ich. Danke. Finde ich total geil, dass hier die Zeit steht. Krass. Aber das Schiff scheint still zu stehen, was ich wirklich finde hier irgendwie. Ja. Aber ich kann hier nichts weiter machen, außer... ...wieder raufklettern, wie es aussieht. Noch nicht. Aber ich hätte meinen, wir sterben nicht. Die wird wahrscheinlich automatisch nach oben gehen, wenn die Zeit ab ist. Aber ich überlege gerade... Es waren doch 10 Minuten im Original. Aber meinte ja auch, ja okay, ehrlich gesagt, nur 8 Minuten. Aber ich habe jetzt den Detail dazu gar nicht im Kopf. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Wer es weiß, Kommentare, ne? Ihr wisst Bescheid, einfach mal... Schwache Sache. Dieser ist nicht öffnet. Okay. Ziemlich... Oh. Kanonen, Achtung. Kann man da mal was machen? Ich wüsste nicht was. Du wüsst abschneiden, aber bestimmt nicht. Da rauf hier. La 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 la. La 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 la. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla bla. Wer steckt da drin, ne? Bla bla bla. Bla bla bla. Und so, having slaughtered them to a man, I claim my crime. Fristurize on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Yeah, yeah, and then she's possibly the cannon rüber. Uh... But you and Lechak had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. Aha. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Why bother to find an explanation for a plot? Yeah, uh... Keine Ahnung. Ich überlege gerade, in Monkey Island 3 war man doch auch auf Monkey Island am Ende. Hat man da auch einen Putz? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, meine Güte. Das ist echt raus, das zieht es aus dem Kopf. Ich hätte echt einmal, bevor ich Return to Monkey Island gespielt habe, jetzt angefangen habe, nochmal Monkey Island 3 spielen sollen. Aber ich werde auf jeden Fall Monkey Island 3 nachholen. Äh... Ich glaube auch, ich bleibe bei Monkey Island 3. Ich weiß nicht, ob ich 1 oder 2 spielen möchte auf dem Let's Play Kanal. Ist noch nicht ganz raus. Vielleicht streame ich ja sogar Monkey Island 3. Also nur streamen, weil ich habe jetzt vor die nächste Folge rauskommt, habe ich schon angefangen wahrscheinlich, Stray, den Katzensimulator zu streamen. Äh... Mal gucken, ob sich das mit Monkey Island vielleicht auch mal ergibt. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ja generell vor, auf meinem Stream, auf meinem Twitch-Kanal jetzt, ähm, häufiger zu streamen und dann auch mal Sachen, die nicht auf dem Let's Play Kanal vorkommen, beziehungsweise keine fortlaufende Let's Plays auf YouTube sind, sondern eben dann auf Twitch als Stream kommen, irgendwelche Spiele. Natürlich dann auch auf YouTube landen irgendwann, ist klar, keine Frage, aber... Ne? Und so. Und wer weiß, was ist dann... Ganzes Let's Play mal drin, so wie jetzt Stray. Was habe ich da vor, komplett da durchzuspielen? Äh, wir gucken mal einfach, ne? Egal. Ähm... Oh, um... Let's see... It's got squid ink, and monkey blood... Woops, is that a skull? An oppressed skull, I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Yeah. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent! You there, in the back! New guide! Hmm? Hmm... You look familiar somehow. Wow! Äh, das hör ich oft. So, konkret. Äh... We met about an hour ago. Well, Iron Rose was introducing me around. I'm the new Swabby. Doesn't ring a bell. Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Where should I look for a skull? That's your problem. Can I have a ring? Sure. Straight into the rigging. Where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Hahaha. I have to say something about that, but that's so funny. Okay. Okay. I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. Okay. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. She's a different person, right? How's the potion coming? You heard the captain? It's nearly finished. Go and find a flat skull, like he told you to. If you can't do that, find a regular skull and flatten it. And flatten it. Super. I have to say that. The potion smells like it's ready to go. You know? It's just missing the flattened skull. I have to think about how I get the Marius Pluck. Because I like Marius Pluck. Ready for cannon firing? Але of smallos. In my opinion. It's really late. It looks like it's empty. Ah... I've looked at that. They hurried Das besser ist der Sound, wie du arbeiten, Swabby. Könntest du nicht in der Krowsnest zu machen? Hmm, der beste Show ist hier. Ich will sehen, ob du das Ding mit der Kugel schraubst. Kann ich in der Krowsnest für ein Skull? Da ist nichts, was du da? Hatte ihn. Gibt es für ein Skull? Ich bin wirklich mehr ein Watcher, als ein Helper. Was ist es für Lachuck? Ich kann's complain. Really? Es ist in der Employee Handbuch. No complaining. Ihr bleibt länger, wenn du das. New guy. Do we have a Union? Du schaubst, Swabby. Gotta go, I've got a job to do. My condolences. Danke. Quizkarte, lange nicht gehabt so was. Äh, Quizkartentuch. Welche Meerestiere kann man im Fischlad auf Melee nicht finden? Oh, weiss ich doch nicht. Ich war nicht mal im Fischlad. Schön doof, hochschauen. Kommt schon noch, keine Angst. Das ist ein paar wunderschöne Container, die schwarzen sie. Ich denke, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Ach so, das ist ein Geist, der schreit. Okay. Ah, eine Mietz. Die Schiffskatze nicht streicheln. Aber das sehr erste Erste in den Schiffsaussetzungen ist niemals, um zu spüren, die Skulpturen zu spüren. Schade eigentlich. Hey, der Chuck. Ahem. Ich habe dir gesagt, einen flattenden Skulptur zu finden. Mach es, bevor ich entscheide, dass ich dir stattdessen benutze. Okay. Gutes Argument. Die Wärme spüren. Das macht er gerne, ne? Irgendwie... Gut, dann Zettel lesen. Top-Deck-Schedule. Eine Belle, Crew-Voting. Zwei Belle, der Chuck-Schouting. Jetzt ist kein guter Zeit, um die Tests zu spüren. Schade. Kannst du die abschneiden? So Assassin's-Street-Style? Was habe ich hier noch? Ja, noch mal in der Wärme. Wo ist die? Versuchen sie schnell, komm. Oh, ist die süß! Sie erinnert mich an meinen Kater. Ist auch schwarz. Und noch mal. Kann ich dich mit einem Messer streicheln? Nein, das wollte ich auch nicht machen. Kann ich mit dem Tracker füttern? Auch nicht. Okay, ich hole mal den Schädel. Ich weiß nämlich zufälligerweise, wo ich ihn finde. Oh, ach so, ich wollte gerade sagen. Wäre komisch, wenn ich jetzt direkt in mein Ding sein komme, weil es kann auch nicht sein. Gut, umso besser habe ich mehr Sachen zum Ausprobieren. Ich werde mich mal nicht hier blicken lassen, dann werde ich mich gleich wieder reingeschmissen. Erinnerung an alle Crews. Erst mal gucken, was hier so ist. Erst mal gucken, was hier so ist. Wie gibt's denn? Quizkarte! Habe ich gesehen? Habe ich genommen? Habe ich genommen? Äh... Steinaffen höchstens den ersten Ring, keine Ahnung. Ach, ich habe keinen... Ich habe keine Ahnung! Och, Mann! Och... Och, Mann! Töne Höchstensprachen! Hab ich zufälliger, du verbrüchst! Sie hat irgendeine Probleme, und ich bin zufällig, um es zu schützen. Diese Openplaner Office sind jetzt der Rage. Och, ich habe es kaum gesperrt! Und was erreicht er mit? Es fiel einfach ab. Ich war gar nicht hier. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht verlassen werden. Ich weiß, Art ist supposed to grab you, aber das ist einfach zu weit.